Ich deck noch dir zu. Deck dich. Okay, du äh... Ja, die Tür hörst du, wenn die aufgeht. Guck du, guck du in Richtung Halle. Von da, ich guck ein bisschen von links. Er hat die Öffnung, da müssten wir erstmal sicher sein. Ah ne, das ist der Gap der Tote. Okay, ich bin jetzt vorne ein bisschen. Zwischen diesen zwei Stallhäusern hier, Bankhauses bin ich. Die lassen sich jetzt Zeit mit dem rauskommen. Ich weiß nicht, ob der eine, den ich zuerst gesehen habe, ob der hinter der Halle war oder dann reingegangen ist. Nicht sicher. Gehen wir hier rum. Bist du gerade Richtung Öffnung da? Ähm... Ja, ich bin rechts von dir im bisschen. Ja, ich seh's, ich seh's. Da ist immer noch paar Lava drin. Die bleiben aber erstmal da. Okay, ich hab gerade einen an der linken Öffnung von der Halle angeschossen. Was sind die drinnen? Der ist zurückgegangen. Der hat auf jeden Fall ein paar Kugeln gefressen. Ja, bei mir hinten kam auch welche an in der Wand. Da ist ne M4. Oh, okay. Da ist ne M4 ohne Schalli. Okay. Okay, ich geh zurück im Schritt. Will da einer pieken oder was? Was seh ich da gerade, ey? Ne, das ist nur ein Ding. Scheiße, ey. Die, diese, die Runde ist was härter auf jeden Fall. Das fühl ich jetzt schon, ey. Fühl ich jetzt schon. Ah, 34 Minuten Zeit. Jo. Die müssen ja immer rauskommen. Ah, der hat grad links versucht. Also ist einer in der Halle oder wo war der? Ja, mindestens einer. Der wollt links raus, der wollt links raus. Ja, ich seh jetzt am Eingang nicht direkt, weil da der LKW davor ist. Aber, wenn die rechts rumpuschen seh ich die. Ich sitze einfach auf die Scheiben ein bisschen. Um die ein bisschen in Rage zu bringen. Hast du die rechte Öffnung denn? Von der, von der Halle? Ne, ich seh nicht direkt hin. Aber wenn die rauskommen und nach rechts pushen seh ich die. Ich seh alles, ich seh alles vor dem LKW und die linke Öffnung. Ja, ich gucke immer noch hinter uns, wo wir gerade am Anfang durch sind. Ist vernünftig. So stehen wir eigentlich gut erstmal. Ich hab hier mal einen Hübler. Den haben wir kein Damage genommen. Ja, einer ist geüft. Runter geüft. Zero Mouth, 150. Der piekt wieder. Wow, er hat mir gegeben. Autsch. Zeig mal HP. Ne, alles gut. Er hat nicht so starke Patronen. Aber der hat mich auf jeden Fall gesehen. Meine Pussy ist aufgedeckt. Na ja, wechsel mal Pussy. Ja. Ich hab ihm aber auch gegeben ey. Warte mal. Ich schieß einfach random. Der trifft aber gut, ohne Scheiß. Der hat mich auch getroffen ey. Jedes Mal wenn ich mit dem Kontakt da links hab, trifft er mich ey. Und ich treff ihn aber. Faut mich sehr in rechts. Der wird abgeknallt von innen. Ist ein Scaff. Rechts anhalt. Ich glaube ja. Ist ein Scaff. Ja, ja, ja. Der wurde gerade abgeschossen von denen. Wir sind hier auf jeden Fall zu zweit bei dem Ausgang wo ich hinkomme. Ja, ja, ja. Einer Fall gedämpft mindestens und einer. Einer aus dem Falldämpfer. Ich will was versuchen. Ich werde wahrscheinlich sterben aber egal. Ja, dann versucht das doch nicht. Ja, lass es sein. Ich lieg mit in vorne. Ja, ich muss aber. Wir müssen mal so ein bisschen. Wer schießt denn da von den Zügen aus? Das ist ein Toskeff. Ich geh wieder zurück. Ich bin wieder zwischen zwei Stahlhäusern hier. Bankhauses. Man kriegt halt keinen guten Winkel, ne? Naja. Nicht ohne Gefahr zu laufen, ey. Ich piek einmal links ums Haus. Ganz komm du mal zu mir hier. Zu der Tür. Warte mal eben, warte mal eben. Oh ja, jetzt habe ich einen Blick. Bitte piek nochmal. Ah, nicht getroffen. Scheiße. Einer steht offen rechts in dem... Ich komm zurück zu dir. Einer steht auf jeden Fall rechts offen in dem... Gate. Okay. Bei mir schlagen wir schon wieder Kugeln rein, weißen takt. Ja der schießt grob rüber zu meiner alten Position. Weil er auch nicht weiß. Ich muss noch einmal die Linke gucken ob da jemand raus will. Ja ich könnte nach rechts pushen. Ich komm jetzt zurück von dir, komm du mal zu mir und dann brutsche ich nach rechts. Okay, pass auf bei den Jungs. Der eine trifft Gu oder? Oh, ich seh ihn, ich seh ihn. Er ist hinterm LKW. Hinterm LKW? Okay, dann nehm ich meine alte Pose wieder ein. Denk mal die Tür hin. Hinterm LKW, weiß ich Bescheid. Ich glaube er ist wieder reingegangen. Ich hab ihn nur kurz zwischen LKW und Anhänger gesehen. Jetzt reg' ich mich grad auf, dass ich den kurzen Lauf benutze. Oh. Ich hab'm hited, headshot, aber der ist noch nicht down. Okay. Ich muss kurz nachladen, dann bin ich dabei. Okay. Ja, er schießt auf meine Position, wo ich war. Rechts, rechts, drinnen, ganz rechts. Rechtes Tor, ganz rechts, der schießt auf meine Pose hier. Okay, okay. Dauerhaft. Okay, die sehen mich, die sehen mich, die sehen mich. Ich renne zurück. Das sind drei Stück locker. Ja. Oh, da ist ne SV. Jetzt bin wieder hinter Blue. Du. Alter, was haben wir denn? Der versucht ganz Zeit links aus dem Tor. Die Knife heißt Link. Ja, irgendwie trifft er mich, ja. Wir müssen halt hier nicht auskochen, aber wir können. Was ihr wollt ihr uns? Äh, ich könnte rumpuschen, wo wir ursprünglich rausgegangen sind, auf das Dach von den Garagen. Vielleicht zieh ich von da besser rein. Ja, dann mach das. Welches Tor wieder gehittet? Der hat auf jeden Fall ordentlich gefressen. Okay, ich pushe da jetzt aus. Wenn die großen Medics haben und dann... Der kommt jetzt weiter. Fuck. Ich bin jetzt bei euch, ich bin bei euch. Der... Okay, dann ey Jungs. Rückzug, rückzug, rückzug. Die Öffnung raus. Komm. Okay, okay. Der ist... Einer hat uns umwandert von hinten. Der kommt jetzt auf... Von uns links. Von uns links kommt einer. 100% Ist der bei der Öffnung raus? Ja, ja. Genau, genau, genau. Der ist durchgepusht. Ich seh ihn ganz hinten. Ganz hinten. Ganz hinten. An der... Steck. Aber der andere ist... Ja, jetzt passt auf, jetzt passt auf. Da ist noch ein Scaff. Ja, hol den weg. Scaff down. Hier auf den Hügel, wo ich stehe, kann man gut drüber gucken. Okay. Reload. Ich flanke komplett. Kann sein, dass die Nacht gerückt sind auch. Ich weiß es nicht, ey. Ich bin jetzt vorne am weißen Truck. Okay, warte, ich pushe mal nach. Ich würd sagen, wir lassen ihn liegen und leben. Ich pushe an der Mauer. Lass mal komplett rechts rum. Komplett rechts rum. Okay. Ich deck euch beim Pushen. Ich spiel da rein bisschen. Wir gehen einfach komplett rechts weiter. Bis hinter die Straßensperrung. Absperrung. Au. Okay, ich lag nach. Unser Lack. Ich komm nach, deck mich. Warte kurz, ich muss noch einen Schritt weiter. Ich schieße einfach mit rein. Okay, ich pushe. Okay, die Leiche liegt ziemlich offen. Habt ihr ja gesehen, so, ne? Glaube ja. Okay, nicht mehr schieben. Reif, reif. So, einer muss ganz rechts halten. Ja. Dann halten wir hier ein bisschen. Weil ich jetzt ziemlich scheiße stehe gerade. Die Leiche liegt am Gate davon, oder? Ja, genau. Am Gate wollte der uns umwandern. Am ersten, am letzten Gebüsch vorm Gate. Ja, ja, ja. Da liegt die drin. Ich will trotzdem irgendwie noch aufs Dach hoch, aber... Ich würd fast sagen, ich geh den looten, alter. Aber ich weiß nicht, ja. Oh, lieber nur mich, oder? Ah, jetzt kommt sein Mate. Einer kommt nach. Ja, ja, ich hab ihn gesehen. Warte, 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 und... Da ist ein Scaff, oder? Ich weiß nicht. Ja, das ist ein Scaff. Lass ihn laufen. Mal gucken, vielleicht baitet der andere. Lass ihn mal laufen. Ich wette, das ist der ohne Schalldämpfer der Held, der da vorne liegt. Der Held, ach. Ja, er wollte cool sein, ohne Schalli und so. Ja, rocken, rocken. Und jetzt liegt er da mit seinem Talent. Zeit, 25, passt. Er kommt zurück, natürlich. Ja, dann legen wir den 1. Nee. Doch, jetzt 1, 2, schießen. Kannst du bitte umfallen? Alter, ich hab hier... Mein Nero ist zu weit. Jetzt kommt er zurück. Und tschüss. Hat jemand hinten rechts, ja? Ja, ja, ja. Ja, ich... Ich glaube, ich pushe jetzt hinten rechts rein und gebe es doch. Okay, mach das. Ich mach das jetzt. Da kommt einer raus! Er ist tot, tot. Fast MT-Helm-Typ. Tot. Er ist tot, tot. Hast du eine Granate noch? Ich hab keine mehr. Nee, ich auch nicht. Ich... Ich renne trotzdem jetzt. Okay, er ist tot. Nee, dann ist nur noch einer. Bleib bei uns, bitte. Bleib bei uns. Da liegen jetzt 2 Leichen. Brech mal ab. Da sind wir noch 2. Einer muss immer noch hinten decken. Ja. Die haben jetzt fast alle tot. Ich denke, das waren 3 Stück. Der mit der Sniper lebt noch, sag ich. Ich bin jetzt kackend reißen und pushe den. Der mit dem MT... Also, der liegt hier tot. So, ich loot den jetzt eben. MP hat er. Das war der mit... Ich kann nichts sehen. Das looten dauert ewig. Okay, der hat... Ich bin bei dem Tower jetzt. Und das war der ohne Schalldämpfer hier. Okay. Warte. Ich geh langsam zur Öffnung. Ja. Ja, aber lass... Lass mal im Moment nur einlooten. Du machst gleich... Ja. Ich bin neben der Öffnung. Nur das hier wüsste wo ich bin. Wow. Der hatte nicht so gute Muni, zum Glück. Guck nochmal kurz in die Hosentaschen, weil ich keine Penis bei hab. Nicht genug. Eifake, Eifake. Ein Penker, danke. Und ne Granate. Jetzt auch mal schmeißen können. Okay, die haben sich komplett verfetzt mit unserer Posing. Okay. Hinter uns... Down. Du bist down? Nein, nein, nein. Ich nicht. Der ist down. Hinter uns kam der angeschlichen. Ah, nice man. War das einer von denen oder irgendeiner? Weiß ich nicht. Da kann ein CF gewesen sein. Ich hab jetzt gerade nicht drauf geachtet. Bist du jetzt vorne an der Leiche? Nein, nein, nein. Ich bin hier. Am rechten Tor. Ich bin... Ne. Ich bin... Nur noch am Eingang. Lukas räum den mal aus hier. Einer räum den mal aus jetzt am Gate hier vorne bitte. Komm. Komm mal rüber. Okay. Komm mal rüber. Äh, ich weiß nicht ob das hier ein Scaf ist. Das ist kein Scaf. Der vor mir ist. Das ist der mit der VSS. Das ist der Typ. Ja, nice. Warte noch nicht looten. Warte VSS, dann ist das aber ein anderer. Äh, nicht VSS. Diese... Der hat auf jeden Fall was dickes hier. Warte, halt hin. Halt nen Blick drauf. Ich hab nen Blick auf euch beide. Ich lass den Lukas erst looten. Und wenn der fertig ist, lootest du den. Ja, der hat das... Ja, der wollte uns umlaufen. Der kleine Bauer. Ja, ja, klar. Ich hab dann gelootet. Hast du alles raus? Ja, der hatte natürlich ne M4 und Kontext. Okay, vollpack. Okay, dann gehen wir jetzt alle zu dir rüber. Dann haben wir die zerstört. Ah, ich bin... Ja, oder könnte einer noch leben vielleicht. Ja. Guck mal, guck mal auf den drauf. Das ist der aber, oder? Der hat so ne fette Waffe drauf. Ja, Mann. Da ist auf jeden Fall noch einer in der Halle drin. Äh, das ist der Sniper. Ja, ich loote seine Waffe mal. SV, da ist der. Ja, SV98. Da ist noch einer in der Halle. Okay, okay, okay. Mit M4 oder so. Okay, ich halte ihn von rechts. Du hält ihn von links. Dann kann eigentlich nicht viel passieren. Pack da Trisip und so alles schön ein. Naja, hab ich auch das beide noch eben kurz taschen und so looten. Kein Stress. Ja, dann haben wir die ausgekocht, ne? Einer lebt noch. Einer lebt noch. Ja. Nicht vergessen. Ähm, ich guck mal, was der für ein Level hatte. 42. Das war der eine von gerade, alter. Loll, ey. Das war ein Lied. Der meine hat... 32. Okay, ich werfe mal ne Granate in die Bude rein. Ich hab wieder eine aufgehoben. Okay, die ist drin. Nice. Jetzt hab ich wieder Kopfhörer. Ey, die sind so geil. Okay. Wollen wir den... Reload. Wollen wir auf den scheißen oder pushen? Ich hab... Ich bin voll gelootet. Ich bin voll gelootet. Ich brauch nichts mehr. Der kann vergammeln, meinetwegen. Ich hab ein empty Backpack, also... Äh, ich hab den Packer jetzt gerade noch aufgesammelt. Aber du hast einen M4 eingesteckt. Äh, ich hab den M4 eingesteckt. Ähm... Ich geh da jetzt mal an die Lagerhalle ran. Ich geh den Helm geben, um abzuhauen. Ich will das eigentlich nicht. Wollen wir mal, ist da wer... Was ist das da? Wenn irgendwas unklar ist, drauf schießen. Ich renne jetzt einmal links gang. Ja. Ja, er ist drinnen. 100 Pro. Hab ihn gehört. Ja, ich hör ihn auch. Rechte Seite. Ich hab oben, ich deck oben ab. Vielleicht ist der oben drauf. In dem... Oben guck ich. Nee, ich glaub nicht. Ich glaub er ist nicht oben. Ich glaub er ist rechts gleich. Irgendwo. Nee, er ist rechts unter dem umgekippten Regal. Er ist tot, er ist tot. Ja, okay. Vorsicht, vielleicht ist noch einer hier. Ganz cool bleiben. Vielleicht ist noch einer da. Das ist der... Boah, hier liegen überall Kunden, ne? Warte, noch nicht, noch nicht. Vielleicht ist noch einer. Ja, ja, ja. Ich geh jetzt erstmal die Halle durch. Kann irgendwer gesprintet von euch? Ja, ja, ich. Okay, okay, okay. Ich sprint bis zum Ende jetzt einmal. Okay. Okay. Okay, die Schattenwand ist auch alles leer. Okay, das war's glaub ich. Ja. Was hat er? Leck, Leck. Ich loot den mal an. Der müsste auch gegiert sein, ne? Oh ja. M4... Nee, AKN. Schalldämpft. Boah, hier der hat auch noch ein bisschen. Boah, Arme die zerstört wie der Arm und Nagat. Hier ist noch eine Packer. Kann sich jemand einstecken. Was hat der Backpack? Oh, hier liegt noch ein Kunde. Hier liegen zwei Kunden. Lol. Hier liegt noch einer. Ich nehm mal die Comtex auf. Was hatte der jetzt? Auch ein 4, ne? Äh, nee. Silenced AK hatte der. Ich mein ihn hier. Äh, nee. Hier, der hat eine AKSU. Okay. Gesilenced. Aber ohne alles drauf. Okay, das war ein 5er Squad. Sag, ey. Geil. Well played. Well played. Geil.